So, hier beim Schild fahrt er rein. Hier ist die Entrada, die Cavaña Luna. Hier subo un poquito, ein bisschen aufwärts hier, und dann hier geradeaus fahren. Der Rest geht zu mir nach Hause, y aquí sigue adelante. A mano derecha es la casa mía. Aquí con concreto, dann hier das Stück Beton. Fahrt hier runter. Und hier unten geht es dann rechts. Y aquí solamente hay un guía derecho. Sigue adelante. Und weiter geradeaus. Und dann nochmal die letzte Kurve. Und hier geht es dann ein wenig hoch. Der Strasse ist aber gut befestigt. Y aquí enfrente está la Cavaña Luna. Und hier seht ihr schon die Cavaña. Da fährt man jetzt praktisch unten durch. Und hier ist dann euer Parkplatz, wo ihr das Auto stehen lassen könnt, ohne Probleme. Und es ist auch sicher. Und hier ist der Parkplatz. Und hier oben ist die Cavaña Luna. Bienvenido. Willkommen. So you're going to go back. I'm going to go back to the master dog. And I will go back. And go back to the car.